Es ist hier eine Blume, dem Boden entwachsen, und ich schließe daraus auf eine bildende Kraft in der Natur. Eine solche bildende Kraft ist für mich überhaupt da lediglich, inwiefern es für mich diese Blume und andere und Pflanzen überhaupt und Tiere gibt. Ich kann diese Kraft nur durch ihre Wirkung beschreiben, und sie ist für mich schlechthin nichts weiter als das eine solche Wirkung hervorbringende. Das Blumen und Pflanzen und Tiere und überhaupt organische Gestalten erzeugende. Ich werde ferner behaupten, es habe an diesem Platze eine Blume und diese bestimmte Blume entsprießen können, lediglich inwiefern alle Umstände sich vereinigten, um dieselbe möglich zu machen. Durch diese Vereinigung aller Umstände für ihre Möglichkeit aber ist mir die Wirklichkeit der Blume noch keineswegs erklärt. Und ich bin genötigt, noch eine besondere, durch sich selbst wirkende, ursprüngliche Naturkraft anzunehmen, und zwar bestimmt eine Blume hervorbringende. Denn eine andere Naturkraft würde vielleicht unter denselben Umständen ganz etwas anderes hervorgebracht haben. Ich erhalte so nach folgende Ansicht des Universums. Es ist, wenn ich die sämtlichen Dinge als eins, als eine Natur ansehe, eine Kraft. Es sind, wenn ich sie als einzelne betrachte, mehrere Kräfte, die nach ihren inneren Gesetzen sich entwickeln und durch alle möglichen Gestalten, deren sie fähig sind, hindurch gehen. Und alle Gegenstände in der Natur sind nichts anderes als jene Kräfte selbst in einer gewissen Bestimmung. Die Äußerung jeder einzelnen Naturkraft wird bestimmt, wird zu derjenigen, die sie ist, teils durch ihr inneres Wesen, teils durch ihre eigenen bisherigen Äußerungen, teils durch die Äußerung aller übrigen Naturkräfte, mit denen sie in Verbindung steht, aber sie steht, da die Natur ein Zusammenhäng des Ganzes ist, mit allen in Verbindung. Sie wird durch dieses alles unwiderstehlich bestimmt. Nachdem sie nun einmal ihrem inneren Wesen nach diejenige ist, die sie ist und unter diesen Umständen sich äußert, fällt ihre Äußerung notwendig so aus, wie sie ausfällt. Und es ist schlechterdings unmöglich, dass sie um das Mindeste anders sei, als sie ist. In jedem Moment ihrer Dauer ist die Natur ein Zusammenhängen des Ganzes. In jedem Moment muss jeder einzelne Teil derselben so sein, wie er ist, weil alle übrigen sind, wie sie sind. Und du könntest kein Sandkorn von seiner Stelle verrücken, ohne dadurch, vielleicht unsichtbar für deine Augen, durch alle Teile des unermesslichen Ganzen hindurch etwas zu verändern. Aber jeder Moment dieser Dauer ist bestimmt durch alle abgelaufenen Momente und wird bestimmen alle künftigen Momente. Und du kannst in dem Gegenwärtigen keines Sandkornes Lage anders denken, als sie ist, ohne dass du genötigt würdest, die ganze Vergangenheit ins Unbestimmte hinauf und die ganze Zukunft ins Unbestimmte herab, dir anders zu denken. Mache, wenn du willst, den Versuch mit diesem Körnchen Flugsandes, das du erblickst. Denke es dir um einige Schritte weiter landeinwärts liegend. Dann müsste der Sturmwind, der es vom Meer her trieb, stärker gewesen sein, als er wirklich war. Dann müsste aber auch die vorhergehende Witterung, durch welche dieser Sturmwind und der Grad desselben bestimmt wurde, anders gewesen sein, als sie war. Und die ihr vorhergehende, durch die sie bestimmt wurde. Und du erhältst in das Unbestimmte und Unbegrenzte hinauf eine ganz andere Temperatur der Luft, als wirklich stattgefunden hat. Und eine ganz andere Beschaffenheit der Körper, welche auf diese Temperatur Einfluss haben und auf welche sie Einfluss hat. Auf Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit der Länder Vermittelst dieser und selbst unmittelbar auf die Fortdauer der Menschen, hat sie unstreitig den entscheidendsten Einfluss. Wie kannst du wissen, denn da es uns nicht vergönnt ist, in das Innere der Natur einzudringen, so reicht es hierhin, Möglichkeiten aufzuzeigen. Wie kannst du wissen, ob nicht bei derjenigen Witterung des Universums, deren es bedurft hätte, um dieses Sandkörnchen weiter landeinwärts zu treiben, irgendeiner deiner Vorväter vor Hunger oder Frost oder Hitze würde umgekommen sein, ehe er den Sohn erzeugt hatte, von welchem du abstammest. Dass du so nach nicht sein würdest und alles, was du in der Gegenwart und für die Zukunft zu wirken wähnest, nicht sein würde, weil ein Sandkörnchen an einer anderen Stelle liegt. Ich selbst, mit allem, was ich meinen nenne, bin ein Glied in dieser Kette, der strengen Naturnotwendigkeit. Es war eine Zeit, so sagen mir andere, die in dieser Zeit lebten, und ich selbst bin durch Folgerungen genötigt, eine solche Zeit, deren ich nicht unmittelbar mir bewusst bin, anzunehmen. Es war eine Zeit, in der ich noch nicht war und ein Moment, in welchem ich entstand. Ich war nur für andere, noch nicht für mich. Seitdem hat allmählich mein Selbstbewusstsein sich entwickelt und ich habe in mir gewisse Fähigkeiten und Anlagen, Bedürfnisse und natürliche Begierden gefunden. Ich bin ein bestimmtes Wesen, das zu irgendeiner Zeit entstanden ist. Ich bin nicht durch mich selbst entstanden. Es wäre die höchste Ungereimtheit anzunehmen, dass ich gewesen sei, ehe ich war, um mich selbst zum Dasein zu bringen. Ich bin durch eine andere Kraft außer mir wirklich worden. Und durch welche wohl, als durch die allgemeine Naturkraft, da ich ja ein Teil der Natur bin. Die Zeit meines Entstehens und die Eigenschaften, mit denen ich entstand, waren durch diese allgemeine Naturkraft bestimmt. Und alle die Gestalten, unter denen sich diese mir angeborenen Grundeigenschaften seitdem geäußert haben und äußern werden, solange ich sein werde, sind durch dieselbe Naturkraft bestimmt. Es war unmöglich, dass statt meiner ein anderer entstände. Es ist unmöglich, dass dieser nunmehr Entstandene in irgendeinem Momente seines Daseins anders sei, als er ist und sein wird. Dass meine Zustände nun eben von Bewusstsein begleitet werden und einige derselben Gedanken, Entschließungen und dergleichen sogar nichts anderes zu sein scheinen, als Bestimmungen eines bloßen Bewusstseins, darf mich in meinen Folgerungen nicht irre machen. Es ist die Naturbestimmung der Pflanze, sich regelmäßig auszubilden, die des Tieres sich zweckmäßig zu bewegen, die des Menschen zu denken. Warum sollte ich Anstand nehmen, das Letzte ebenso für die Äußerung einer ursprünglichen Naturkraft anzuerkennen, als das Erste und Zweite? Nichts als das Erstaunen könnte mich daran hindern, indem das Denken allerdings eine weit höhere und künstlichere Naturwirkung ist, als die Bildung der Pflanzen oder die eigentümliche Bewegung der Tiere. Aber wie könnte ich jenem Affekte Einfluss verstatten auf eine ruhige Untersuchung? Erklären kann ich freilich nicht, wie die Naturkraft den Gedanken hervorbringe. Aber kann ich denn besser erklären, wie sie die Bildung einer Pflanze, die Bewegung eines Tieres hervorbringe? Aus bloßer Zusammensetzung der Materie das Denken abzuleiten, auf dieses verkehrte Unternehmen werde ich freilich nicht verfallen. Könnte ich denn daraus auch nur die Bildung eines einfachsten Moses erklären? Jene ursprünglichen Naturkräfte sollen überhaupt nicht erklärt werden, noch können sie erklärt werden, denn sie selbst sind es, aus denen alles Erklärbare zu erklären ist. Das Denken ist nun einmalig. Es ist schlechthin, so wie die Bildungskraft der Natur nun einmalig ist und schlechthin ist. Es ist in der Natur, denn das Denkende entsteht und entwickelt sich nach Naturgesetzen. Es ist so nach durch die Natur. Es gibt eine ursprüngliche Denkkraft in der Natur, wie es eine ursprüngliche Bildungskraft gibt. Diese ursprüngliche Denkkraft des Universums schreitet fort und entwickelt sich in allen möglichen Bestimmungen, deren sie fähig ist, so wie die übrigen ursprünglichen Naturkräfte fortschreiten und alle möglichen Gestalten annehmen. Ich bin eine besondere Bestimmung der bildenden Kraft, wie die Pflanze eine besondere Bestimmung der eigentümlichen Bewegungskraft, wie das Tier, und überdies noch eine Bestimmung der Denkkraft. Und die Vereinigung dieser drei Grundkräfte zu einer Kraft, zu einer harmonischen Entwicklung, macht das unterscheidende Kennzeichen meiner Gattung aus. So wie es die Unterscheidung der Pflanzengattung ausmacht, lediglich Bestimmung der bildenden Kraft zu sein. Gestalt eigentümliche Bewegungen, Gedanke in mir hängen nicht etwa voneinander ab und folgen auseinander, so dass ich meine und mit ihr die mich umgebenden Gestalten und Bewegungen so dächte, weil sie so sind, oder dass umgekehrt sie so würden, weil ich sie so dächte, sondern sie sind allzumal und unmittelbar die harmonierenden Entwicklungen einer und eben derselben Kraft, deren Äußerung notwendig zu einem mit sich innig zusammenstimmenden Wesen meiner Gattung wird und die man menschenbildende Kraft nennen könnte. Es entsteht in mir ein Gedanke schlechthin und ebenso schlechthin die ihm entsprechende Gestalt und ebenso schlechthin die beiden entsprechende Bewegung. Ich bin nicht, was ich bin, weil ich es denke oder will, noch denke oder will ich es, weil ich es bin, sondern ich bin und denke, beides schlechthin, beides aber bestimmt aus einem höheren Grunde zusammen. Vielen Dank. Vielen Dank.